Ich bin Urs Reimann von Wölkenswil und wir haben 2013 einen neuen Milchfestal gebaut und haben uns letztes Mal für den Melkroboter von der Firma Kulwurter entschieden. Wir haben uns für das System Melkroboter entschieden, weil wir uns eine gewisse Arbeitsflexibilität und etwas mehr Lebensqualität erhofft haben und weil wir gemerkt haben, dass die Baukosten bei einem Neubau mit Robotensystem, mit Melkstand nicht teurer sind. Wir konnten durch den Roboter etwas Baumeisterabend sparen und das hat dann den Nährpreis eines Robotensystems in der Woche gehabt und können sie drauf gehauen. Was bei uns auch Ausschlaggebend ist für den Entscheiden für Fuulwut, ist, dass wir mit Fuulwut von Anfang an eine sehr gute Brotung und ein sehr gutes Einvernehmen gehabt haben. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir beim Service mit Fuulwut sehr gut aufkommen. Im täglichen Arbeitsablauf helfen wir die Managementdaten, die mir den Melkroboter liefern. Ich tue Alltag die Aktivität meiner Tiere, die Leitpferde und die Melkmengen zeitlich überwachen. Die Tiergesundheitsdaten, die mir den Roboter liefern Alltag, helfen mir zur Grundspielerwachtung, Outergesundheit und die Melkleistung von jedem einzelnen Tier zu bewachen. Als Managementhilfe sind mir die Angaben sehr wichtig. Ben Ben vs 0 V 11 17 Ass 19 19 19 20 23 24